Ganz Barcelona im Triple-Rausch. Ausgelassen feierten die Katalanen ihren 3-1-Erfolg gegen Juventus Turin im Champions-League-Finale. Der Sieg in Berlin, er war die Krönung einer furiosen Saison, an der auch Torwart Marc-André Ter Stegen seinen Anteil hatte. Nach der Triumphfahrt durch die Stadt ging die Party der Finalhelden dann vor über 95.000 Fans im Stadion weiter. Wir waren vor zwei oder drei Wochen schon einmal hier, mit der Absicht, noch mehr feiern zu können. Hunger und Ehrgeiz dieser Mannschaft haben nie ein Ende. Ich habe es schon einmal gesagt, es ist sehr schwierig, aber ich habe keinen Zweifel, dass wir weitermachen und noch mehr gewinnen werden. Mit dem Champions-League-Erfolg ist Barcelona nach 2011 wieder zurück an Europas Fußballspitze. Die Zukunft von Trainer Luis Enrique ist zwar trotz des zweiten Trippels der Vereinsgeschichte ungewiss, nach der langen Saison wird in Barcelona aber erst einmal weiter gefeiert. � Campeones, Campeones!